Der Hamster, wo er das getauscht hat. Getauser! Taser! Alle luken zu. Was ist denn los hier? Ne, doch nicht eins. Was ist denn los hier? Habt ihr grad was vorkommt von Christo gerade zu mir? Warte. Gott. Wir wollten schon mitschießen kommen. Was los? Nö. Wir überlegten das Casino zu machen. Okay. Ich sitz hier im Solar Tower beim Titan Händler. Wir sind bei dir in der Nähe, ja. Guck mal Richtung davor, der Hummingbird. Ich guck mal gar nirgends hin. Weil die mit Sniper ringsherum verteilt sind. Und die mich hier unbedingt haben wollen. Ja, die wollen doch da ein Kilometer. Die haben doch gesagt ein Kilometer. Da kann ich aber hier mal lang fliegen, oder? Da kann ich den Christo doch da runter holen, oder nicht? Also das Palikai Haku ist 1,9 Kilometer entfernt. Welcher Tower bist du denn? Also wenn ihr vom Containerhandel aus schaut, bin ich auf dem linken Turm. Ähm. Genau. Problem ist, wenn ich sobald ich meine Rübe oben raus halte, bin ich tot. Das ist nicht so. Hm. Na gut. Ne, warte mal, ich mach das. Ich komm mit der Orca, ich komm mit der Orca. Hm. Richtig, ich komm dich mal eben abholen, Christo. Der Handler fährt grad langsam auf dich zu. Könnte im Prinzip jetzt ja auch Ausloger haben. So was machen wir ja nicht. Das Problem ist, dass sie mich unbedingt haben wollen, weil ich 24 Meter Kopfgeld hab. Ich glaub, wir schreiben halt die Cops an, du Frau. Und wir Christo ausliefern dürfen. Ach, bist du auf dem Kraftwerk Tower drauf? Äh, hier vorne. Ich hab 12 Kilometer mit der Orca. Hä? Ich hafte hier auf dem Tower, bist du? Okay, da ist ein Hummingbird über mir. Ja, das sind wir. Ja, das sind wir. Dann spring mal rein, mein Freund. Ja, warte mal. Erstmal gucken, ob jemand schießt. Kann er nicht. Spärzone ist aufgehoben. Wenn die uns jetzt abschießen, das wär das ganz schön fies. Richtig. Mhm. Okay, euer. Wie tief kann ich noch? Na so. Ich hab grad das Szenario im Kopf, dass wir gleich alle sterben werden. Der Hunter fährt unsere Richtung. Komm, du müsstest dich wenn beeilen. Ja, ich beeil mich. Das ist schon eine lange Strecke nach oben. Da kommt er langsam raus. Wahrscheinlich bin ich jetzt gleich tot, oder? Ja, Heckrotor oder so. Ach ja. Oh nein. Wow. Ich hab auch Schaden gekriegt. What the fuck? Es ist keine Sperrzone mehr, Mann. Ohne Spaß. Ja. Ich bin direkt schon mal oben. Wer kommt mit? Nein. Ja, nehm Koch mit. Koch ist gestorben. Jo. Nein. Wieso kann ich nicht auf den Kopi blotten Platz? Oh, ich speichere sie. Ja. 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 Ja.